Ich muss erstmal drauf schießen, wollen wir erstmal die Wachen da oben holen? Übrigens ist hier Holz, nur so. Man könnte es hier auch einbacken. Könntest du einfach das... Wir wissen das wahrscheinlich dort eingepappt lassen, tatsächlich. Weil wir müssen hier von dem Zwerchfurt runter und da darf nichts drauf sein. Wo ich grad draufstehen. Da müssen wir mit Sicherheit runter. Geht mal nach links. Felix geht mal nach links hier. Lass uns doch mal da oben dran. Weil wir müssen da drüben nämlich drüben. Wir müssen nämlich da drüben wollen. Wir müssen nämlich da drüben wollen. Es ist noch nicht fertig. Es ist noch nichts fertig. Achso, du kannst auch den Antikravitationsfall wahrscheinlich auf das Zwerchfurt schießen, oder? Oh ja, mach das. Ja, geht ja grad nicht. Irgendjemand ist die ganze Zeit mit den Scheißfurt am Platz. Fählich. Weil du da unten drauf rumrennst. Naja, aber wenn du das mit dem Bretter blockierst, dass ich nicht nach oben springen kann, dann ist es von auf. Aber wir proben auch ne Bretter, sonst die Strecke schafft ihr nicht ohne. Du bist nicht schnell genug, wenn du den Bretter noch im Weg bist, glaube ich. Ups. Ups. Wär ich zurückkommen? Ich würde ja Lumi zugucken, aber ich sehe da nur dich. Ach, fuck off. Du schaffst das schon, ne? Meinst du? Bist du sicher? Ja. Ich glaube nicht. Solange ich ja am Leben bin. Ich glaube schon. So. So. Oh Gott, no way. Hast du echt schweigen gehabt? Das ist aber dunkel jetzt hier. Weeeee. Oh, warte. Da oben sind Sachen, da oben sind Sachen, da oben sind Sachen. An die Gravitation und Brücken bauen und hoch und. Aber halt nicht da, ne? Das Brett muss unter euch. Ja, dummerweise habe ich... Ich habe eins verpasst. Hier ist glaube ich jetzt ein Tantagelmonster. Jetzt haben wir alle. Also was ähnliches zumindest wie ein Tantagelmonster, ja. Da oben sind wieder Sachen. Oh oh, da kommt was. Da kommt was. Ich glaube die kommen einfach recht regelmäßig raus tatsächlich. Holt ihr da oben Sachen? Wir kommen raus, wenn ihr da vorne drin sitzt. Ne, glaube ich nicht. Ich glaube die haben einfach einen Rhythmus. Kommen einfach einen unregelmäßigen Abstand raus. Eigentlich einen regelmäßigen, aber die haben einfach einen Rhythmus, würde ich behaupten. Ja, Lumi, bring dich auch um. Ich sterb so gern, das macht Spaß. Das merke ich schon. Ey. Alter, das Rutschen mach mich fertig hier. Da oben. Oh, Troll. Nur mit Vils kommen viel zu oft die Viecher. Troll oder Toll? Troll. Geh mal ein Stück nach links bitte, Felix. Ach, du bist doch gestorben. Wo kommen wir denn da jetzt vorbei? Müssen wir auch um die Zunge irgendwie. Können wir da nicht irgendein Kavitationsfeld machen? Ja. Wir müssen hier auch auf die Zunge. Da, in mir in die Zunge in Kavitationsfeld. Dann tu in ein Feld, äh, in ein Schild oder so dahin, damit ich dagegen schießen kann. Kannst du nicht an die Zunge was machen? Direkt hier? Ah, noch nicht weiter der Zunge. Nee, ich hab das noch nicht gesehen. Ich halt nur am Rutschen bin. Das ist doch schrecklich. Ah, ich kann ja nicht mehr springen, weil hier das blöde Feld ist. Äh, passt auf, jetzt kommt das Licht da wahrscheinlich wieder raus. Aber die werden langsamer einen Ticken. Oh, ich hab's fast geschafft gehabt. Ich komm da nicht hoch. Ich häng hier jetzt. Ich chill hier mal ein bisschen, ne? Oh, nö. Oh, oh. Ja, ich bin oben. Ich komm hier hoch. Ständig sind irgendwelche Gegenstände im Weg. Da oben sind nur noch Eier. Da sind noch Eier über uns. Ich bin auch hoch. Da sind noch Eier über uns, die man abschießen könnte. Kannst du an die Zunge unter uns an die Gravitationsfeld machen? Ich glaub das wär besser. Wohl. Ja, auf der wir grad stehen. Auf der wir grad stehen. Ja, ich muss doch. Das geht aber nicht. Oh, Lumis tot. Ja. Ihr wolltet mich ja nicht mitnehmen. Doch, ich wollte schon sehr gerne mitnehmen. So? Ja, das ist perfekt. Nein! Ich geh auch nicht. Moment. Da, 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 da. Ich hab's doch fast, doch, Manu. Was schiebt Ihnen die Sache ins Gesicht? Hier, ich wollte dir nur helfen, hochzukommen. Nein! Das ist aber keine Hilfe. Ich bin nur nach links, Mann. Dann rutscht der da drüber, wenn nicht hier Sachen liegen, ne? Du hast uns runtergeschoben. Okay, du hast den Felix runtergeschoben. Mich hat nicht runtergeschoben. Mich hat nicht runtergeschoben. Ich bin da oben. Dankeschön. Oh, du hast das nicht runtergeschoben. Ey, 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 ey. Detail. Ja, hi, Detail. Ja, hi, Detail. Was ist denn los? Da kommt Felix! Was? Felix, kommst du rüber oder wie sieht's aus? Ja, ne? Ich hab gewartet, bis mir keiner mehr Gegenstände ins Gesicht schiebt. Huuuuh. Jupp. Warum möcht ihr das jetzt hier? Oh ne, jetzt nicht. Benni. Komm, wir schaffen das schon. Ja, wir sind aufgeben, ja. Lass den mal in einer Höhe stehen, Lumi. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne, ohne rum. Ich bin tot. Oh, der ist nicht tot. Oh ne rum. Lass den einfach reinspringen in die Säure. Ich glaub, die kommen immer wieder, kann das sein? Das war doch ein geiler Luftschuss. Die einzige, die immer noch lebt. Ne, wir sind wieder da. Da oben. Ich komm jetzt nicht zu dir rüber, Lumi, du tötest mich eh gleich wieder. Ja, so gehts auch. Hey, was war das denn? Ich hab heute Elfen da die Dinger zu holen. Was denn, Dinger? Ich hab grad den Dinger verstanden. Die Dinger. Die Dinger zu holen. Sind wir nicht mehr in WTA, ja. Ich krieg hier immer zu viel. Ständig ist irgendwas im Weg, was mir vorliegen würde, weil ein Spieler jetzt weggeballert würden. Das kann nur eines. Sö, ich hab alles. Ne, hier rechts in Aussagen. Was? Wir müssen übrigens eh alle oben rum. Hier unten rum gehts nicht. Hier, guck mal. Hier, guck mal. Ich hab das so schön gelegt, keiner kommt da hoch oder was? Ja, wir kommen ja nicht mehr rüber gesprungen, weil es zu weit weg ist. So? Ich nicht. Och Leute. Ja, sind wir jetzt alles runter. Ja, Lumi, wenn du ne Flanke drauflegst und die viel zu weit weg ist, dann... Ja, aber sowas ist doch wunderschön. Was habt ihr denn? Nope, wir können nicht hochspringen. Das ist noch zu weit weg. Was ist hier zu? Och komm schon. Ich hab's ein bisschen runtergefallen und dann zuzumachen, damit wir in die Säure springen. Ja. Ich mach's einfach zu, Benni. Zack. Wie hab ich zum Matsch beschwert? Okay, warte, ich hol euch das mal ab. Das ist aber frech. Ne, was ist hier abholen? Brauchst nur... Genau. So. Und jetzt... Hier geht's... Da kann ich jetzt nichts für, wenn ihr drauf geht, geht die Blanke runter. Naja, und dann macht die Blanke halt kaputt. Das ist eh zu schwer für das Ding, wenn du es nicht direkt steuern kannst. Ich krieg euch nicht gezogen. Warte. Ihr müsst hoch springen, dann kann ich euch hochziehen. Benni? Ich bin nur ein bisschen runtergekommen. Nee, hier oben gibt's auch noch Zeug. Was gibt's hier oben? Da, links. Links? Oh. Oh, eins hab ich eingesammelt. du hast du nicht gekriegt ich so doof dafür bin das stimmt wohl selbst erkenntnis vorgesehen hier hoch brauchst du mit meinem schild immer neun er hat es bin nach oben schon mal den beiden amateuren noch zu das ding denn den pilz damit ich mal bewegen das wird ganz bestimmt was ich kann es nicht weiter runterziehen oder sowas solltest das ding da eigentlich bewegen was ist jetzt warum hängt das dinge so weber muss springen schieb es weg von dem mann und das ist das gravitationsfeld müssen wir nach links machen dann wäre es wahrscheinlich perfekt oder ich brauche mir eine blanke moment du kannst du auf das zweite ding kannst du sachen draufbauen ne weil das geht nicht runter auf das da nein das nix doch nicht oh felix dududududum sehr gut felix wie ist denn die da jetzt hochgekommen die kann springen wie jetzt zu dir ah wenn ich denn noch gemütlich auf der kante und aus dem feld hast du auch noch angelangt über uns ist nur geheime sachen kannst du hier oben an die linke kante sohn und sohn an die gravitation ne felix an die gravitation ding machen mach das weg lomi du bist das macht den weg dankeschön das macht den weg ich sorge für die beste grammatik unter euch und brauchen wir brauche ich doch deine hilfe aber erst wenn ich oben bin doch dein schild aber ein würfel direkt über deinem kopf bitte höher höher ne nicht fallen lassen einfach da oben ok warte mal ein würfel direkt über deinem kopf das war das ding fallen bitte also da hey ich bin auf den ding sah ich habe alles hier oben hui tot gode felix alles gefunden jetzt kann er sich aufgaben ganz alleine machen viel spaß das ist schlecht ich komme da nicht drüber aber du vielleicht wo rüber Felix lebt doch ne jetzt so ein gravitationsfeld hin machen ich mach den ich mach den blaseball ja ich stehe auf dem ding das ist lustig wenn wir das direkt gerade aus ja so wird ein schuh draus kannst du hier wohl ne gravitationsfelder nehmen wo hast'n du jetzt den was habe ich denn hatte los wenn man das runter macht dann zu stehen blasen ja mutig wenn wir jetzt noch immer hier drauf kommen wird es nicht mehr richtig funktionieren spring einfach ein bisschen bernie die ist relativ stabil aber nicht wenn ihr beide auf einer das ist die blase in geblieben sehr gut irgendwann mal rüber springen er war hier die sachen ja wollte ich schon aber ich wollte es tut nicht das wird also weg stehen ja schmeiß weg ist okay ist der markensäure unten lustig ja komm mach so ist mir diese komische viecher unter uns okay ich habe es kaputt gemacht was haben wir getan wenn ich was hast du getan ich hab was schloss der wurm sich des mails zu entledigen dass ihm so auf den magen geschlagen war dem riesigen sandwurm entkommen berieten amadeus pontius und soja was nun zu tun sei na los weiter wir müssen margaret finden wer weiß was sie ihr alles antun amadeus litt qualen als er sich ausmalte was die kobolde mit seiner gemahlin anstellen würden da der train noch immer verschollen war mussten sie margaret wohl oder übel allein finden frische kühle luft könig wie soll nun wohl auf den wolken inseln wohnen warum sind wir nicht da wir frieren hier und suchen nach blunder aus metall es ist für die maschine die die menschen vernichtet wer ist da ihr habt ihr was vergessen links oben ja ja ich greife lieber schon mal kurwälder an aber hier ist nur sonst einsammeln da oben im baum komme ich ran danke felix warum jetzt halte ich wenigstens dem scheiß holz da oben fest weil uns gerade den turm kaputt gemacht hat den wir hier bauen wollten mit den explosions fallen er hat so schön gehalten ich sehe nix ich glaube wir haben uns alles ich glaube wir haben uns alles fliegen feuer feuer zünde den baumann seht ihr das schild wenn wir fliegen könnten könnten wir zu den wolken inseln wir können auch nicht fliegen sonst könnten sie sie wir werden trotzdem schneller und eine kleine kiste und eine große kiste zu fliegen ist einfach könnten noch von hier oben dann runter fliegen also der bewegte von der europäische fliege ich lebe mich mal dagegen aber wenn er mir keine zeit zum türmchen bauen was kann sie auch da festhalten das holz hier unten am schild kann ich mir festhalten ja dann kannst du dich hochschwingen oder was was das bei dir ich glaube gelangweilt war es gelangweilt geil gelangweilt geil ich glaube da unten sterben aber du musst rechts was ziehen dumme ich bin tot und ich kann gar nicht du kannst die oberholz festhalten sowas kannst du einfach das ding und rausziehen vielleicht noch drauf standest du mir gebrennt übrigens da unten war noch eine riesige lage benny du willst du mal das alles was ich gesagt bis jetzt kann keiner ahnen naja ich bin ja bis jetzt nie in dem genuss gekommen dort nach unten zu sehen ja und jetzt benny einfach wenn der vorbei ist und lumia weckt uns und alle zum leben also ich vor allem hast du eine sahne vorgeteilt tatsächlich jetzt einfach umbringen und dann bis vor allem nein ich mag es ohne umbringen macht es einfach ohne umbringen der kurs ich gehe schwimmen aber nicht so viel Freude wie ich irgendwie Numi ich glaub du musst wieder irgendwas ein- das ist doch irgendwie ja aber das sind zwei verschieden das wird weiter einfach das Wasserwort Felix kannst du hier da rechts den da ziehen irgendwo ich hier grad so dran rumrufe Nein ich kann nur an Holz ziehen Nicht an Metall? Nein! Noch nie an Metall Aber wie ist denn das dann gedacht? Du bist die einzige die an Metalldödeln rumziehen kann Dödel Oh willst du gar noch was? Oh er hat Dödel gesagt Dödel Dödel Wir lassen ja euch aber auch nicht helfen gell So ich will für die Skatte helfen Hui Ok da spring ich dagegen Hui ich bin in Wasser gelandet Kannst du irgendwie einklemmen? Kannst du das Wasserrad einklemmen? Okay einfach so Ihr schafft das schon ne? Oh Bist du jetzt schon unten? Nee ich meh Benni hier drüben mehnt ich sorry Weil ich rüber geflogen bin Ja Toll Was bringen sie jetzt was nicht mehr aufs Wasserrad geht? Also es dreht sich nicht mehr aber Wir können dann rüber springen Was hat das gemacht? Ups Ähm